Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von ASEX News und ihr seht es schon hier unten, Showdown-Pack. Wir haben die Showdown-Packs momentan verfügbar und ich befinde mich noch gerade am 21.09. kurz vor 7 hier und ihr werdet es ja wahrscheinlich, wenn ihr später guckt, sowieso schon mitgekriegt haben. Aber der Showdown-Modus soll zurückkommen, noch ist hier nichts zu sehen, wie ihr seht. Noch ist das Ganze nur geteasert bisher oder was ist geteasert mit dem Trailer am Start und sowas, aber noch nicht im Game. Der Patch kommt um 7 Uhr für 30 Minuten Downtime dann und dann geht's ab. Dann kann man wieder Showdown spielen, für alle, die vergessen, was Showdown ist. Wir können ja nochmal, oh, falscher Knopf, können ja nochmal hier hingehen. Ich habe hier noch meine Containment-Packs, ein paar E-Spot-Packs, aber hier ein Showdown-Pack, das werde ich jetzt noch nicht aufmachen. Werdet ihr beim nächsten Pack-Opening sehen. Wird wahrscheinlich zum Ende der Season sein oder so, wenn der Battle Pass durch ist und so. Das war der, wo ihr rumgerannt seid und Secure Area hattet und mit Boss G und Revolver rumgerannt, gesprintet seid. Und ganz ehrlich, ich habe schon wieder sowas von Bock auf diesen Modus. Ich habe zwar jetzt keinen Skin, den ich noch nicht habe, wo ich jetzt sagen würde, den brauche ich unbedingt, weil ich meine, diese Skins sehen halt geil aus. Weil, guckt euch mal diesen Gläs zum Beispiel an. Ich meine, das ist einfach wild und der Hintergrund ist auch geil. Aber, ja, das ist dann so eine ganz andere Sache. Wie gesagt, die Sachen sind eigentlich alle halbwegs geil. Ich meine, guckt euch hier, den hier habe ich. Den habe ich auch eine relativ lange Zeit genutzt. Und, also, wie gesagt, der Modus kommt zurück, wird, so wie ich es verstanden habe bisher, exakt so sein, wie er beim letzten Mal war. Und, ansonsten, gibt es nichts mehr weiter. Und, das ist ein relativ kurzes Video. Und, ich würde nur sagen, wenn ihr mehr solcher kleinen Updates haben wollt, dann lasst es mich wissen und abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Wir haben jetzt gerade erst die 80 Leute geschafft. Ich wollte gerade sagen 80k, aber, ne, so weit sind wir nun auch wieder nicht. Würde mich aber freuen, wenn wir da irgendwann mal hinkommen. Aber, wie gesagt, bis zum nächsten Mal und ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben da lässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden. Bis zum nächsten Mal.